Hallihallöchen und Willkommen zurück im M-M-M-M-M-Minecraft Und hier klappern irgendwelche Gestelle Aua! Aua! Oh! Ein Aua! Creeper So, ich hab nur mein Monitor mal eben besser hingestellt, tschuldigung Du, 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 du Weil ich auch umgebaut habe, musste ich ja raus Oh, da kommt ja noch ein Creeper und so weiter Was umstellen, dann muss ich ja jetzt ein bisschen so anpassen, ne? Mhm Wer ist ja hier gucken kann Ja, hallo, ich will hier runter, hallo Ich muss nur jetzt dran denken, dass was andersrum geht Was ich andersrum raus und rein Dann muss er wieder umstellen Nee, ich hab keinen Bock, die Monitore Nee, nicht die umstellen Nicht die Monitore, du Kopf, ey Achso, ja, da musst du mir mal helfen, wenn ich zu dusche Bitte, bitte Komm, ich hab meinen ganzen Rechner umgerasselt Ich helfe dir nicht mehr, die Fähre hat ja alles umgebaut Ja, komm Ja, wieso? Das ist ja auch ein bisschen für dich gewesen, ne? Hm Ich muss ja jetzt neu hier Da war ja hier, genau Da haben wir genau, da hab ich was unbebaut Ach, ne Wann ich noch? Nein, ich hab natürlich kein Stein ... Komm, aber es sieht jetzt nicht schlecht aus Ich hab das schön gemacht so ein bisschen gold da noch rein, 40 gold haben wir, geil ja ich musste umbauen, sagen wir es so wenn man sonst kacke ausgesehen hätte nein, es war auch zu eng, ich habe jetzt mehr Platz mehr Beinfreiheit, kann mein Stuhl wieder nach hinten ohne dass ich gleich irgendwas abreiß hättest du auch gemacht, gibts zu ach quatsch in der Ofenflatschen guck mal Kohle da oben rein gehen, so ich höre doch hier irgendwo ein Zombie ach ja die Truppe war schon ich höre doch hier ein Zombie, hallo Zombiemann guck mal da runter, ein Halloween Zombie immer noch? Ist doch schon vorbei das ist ein Halloween Zombie, was soll ich sagen da kann ich doch nix dafür ich hab nie gesagt, dass es vorbei ist viel Spaß an deinem Bauernhaus, tschüss wieso war der denn da? ein Creeper, eine Spinne, ein Skelett und ein Zombie ich bin ja nicht an deinem Bauernhaus ja warte dann bringe ich sie dir ich seh dich aber ey Kau dir ach ja genau wir wollen es umbauen damit er besser aussieht wegen dem Fenster und sowas ich hab keine Spitzhacke mehr dabei oder so doof hab ich hier nen Stein dabei ich hab's eigentlich auch nicht ich hab hier wieder nix weggeräumt in der Kirche ich hab keine Stickies dabei, das gibt's ja gar nicht na gut au du bist am Umbauen, ich bin am Umbauen soo Fichtenholz jetzt müssen wir das dumme Dach nochmal mal machen ich nehm mal glaub ich das ganze Fichtenholz achso das sind doch Stämme in der Kirche wollte ich mal aus Fichtenholz machen da für die Lampen ne? nicht aus Closedown ne? äh ich ja ja ok erst mal gucken wie das aussieht weil wenn du jetzt Closedown da hinpackst und nicht abbaust, weil Kacke aussieht ja dafür hab ich ja jetzt meine beruhsame achso achso der gute war trotzdem soo was hab ich hier nochmal benutzt? Steinziegelmauer ahja Steinziegelmauer ok da müssen wir noch ein bisschen weiter bis hier oben hin bauen die Baustelle würde ich nämlich auch gerne fertig mal kriegen hier Steinziegel ich wollte bestimmt Stone für wieder den Namen Säft Steinziegelmauer Steinziegelmauer steine gecraftet splitter Stein 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 geklatscht stein gecraftet hätt hier jetzt noch gesagt polierte an rasied stein hab ich hier oben bin ich alt? ja scheinbar Stein wahrscheinlich bist du alt so Steinziegelmauer achso sieben nehmen wir mal acht mit soo üP 1 du 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 sonst müssen wir uns noch gleich wenn wir die machen du beiden einer fehlt genau einer das ist geil Genau, einer fehlt. Na, komm hier. Böhr, Stein. So. Schadein, schadein. Schadein, 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 schadein. Schadein, 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 schadein. Eins, zwei. Eins, zwei. Vier, zehn. Eins, zwei, sieben, acht, zwei, zehn. Guck mal, ob wir das so hinkriegen. Das wird doch schon wieder dunkler, das sehe ich doch. Ich muss das so hinkriegen. Ich schneide ab ins Bett. Ich hab noch ein Bett bei. Ich kann auch in die Kirche bennen. Ich kann noch nicht. ist dann total unsymmetrisch ich liege ich habe die tür aufgelassen von der kirche ans beten kommt beten? nee danke bitte nicht können sie ihn mal hinlegen vorbei ich hoffe das hieß du liegst schon es geht nicht auf jetzt muss ich mal so einfüllen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dann gehen wir im fakt da mit wir lassen das so 1 2 3 das ist eichenholz das wollen wir ja gar nicht wir wollen ja fichtenholz 4 ne quatsch bisschen mehr brauchen wir schon 15 fackeln 2 so 15 fackeln 2 so 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 soll ich das ganze dach nochmal neu machen rein und so 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 geht das aber nicht hier. Lala. Lalalala. So, 16 Fackeln neu. So. Die Fackeln hier aus. Das ist ja mal gar nicht so schön. So. Achso, mein Bett soll lieber wieder mitnehmen, ne? Zack. So. Ja doch, das geht so. Ich glaube, das kann man so lassen. So. So. Das ist die Kirche auch fertig. Hier sind die Gebetsbücher, die Gesangsbücher sind auch vorhanden. So, dann würde ich die ganze Scheiße noch mal machen. Ich gehe kaputt. So, dann würde ich die Workbench wieder mitnehmen. Hier das ganze Zeug wieder mitnehmen. Zack, 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 zack. Was war hier alles eingesammelt haben? Versehen nicht. So. Krieg die Kotze. Na, was sagt man aber nicht. So. So, das du auch, glaube ich mir. Wenn du ein ganzes Dach wieder neu decken dürftest. Das klingt aber böse. Ja. Wenn ich gerade festgestellt habe, so sieht das scheiße aus. Und ich will was anderes, das muss ich auch so ein bisschen anders machen. So, Tür ist zu zur Kirche. Das ist gut. Boah, dann haben wir jetzt das nächste Projekt schon eigentlich fertig. Irgendwo hast du mich nicht fertig. Ja, Leuchtturm ist auch so weit fertig. Ein bisschen vielleicht Innendekoration vielleicht noch. Boah. Ach, lass mir Ruhe. So. Grünzeug, das heißt wir haben Ranken hier noch. Polierter Granit. Was ist das denn? Polierter Granit ist gecrafteter Stein. Ich habe hier noch ein Eichensetzling. Oh. Dann passen wir uns mal mehr rein, der Eichensetzling. Rüchige Süßbären einfach. Umschmeißen. Eichensetzling, Eichensetzling. Eichensetzlinge. Ach, ich wollte doch keinen Kaffee setzen. Sprach sie und setzte ihre Kacke über ihn. Igitt. Boah, war ich im Fichtenholz schon wieder reingeschmissen? Ach. 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 Sprengpulver. Aber Schwarzpulver ist es, ja? So, kein Sprengpulver. Eisenklumpen könnte man besser nach dem Eisen tun. Eisenklumpen. Eisenklumpen gehören zum Eisen. Jetzt haben wir ihn jetzt noch bei uns. Birkenholzberetta. Holzberetta da. Dahin. Sand. Sand, 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 Sand. Haben wir hier. Habe ich noch Sandstein? Jo. Sandstein, Sandstein. Brauchen wir auch noch. Ich habe noch mal normales Glas. Das habe ich auch noch dabei. Dann haben wir soweit eigentlich alles so weg. Hier noch ein bisschen was. Ja gut, Weizen können wir auch noch wegpacken hier. So, was ist das? Das ist das Haus. Alles klar. Nein. Ich habe Holzzeuge gerade vergessen. Ich bin Victor Pong. Ja, so was ich wohl. Hehehehehe Hehehe 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 Da müssen wir gleich noch ein bisschen nachbessern Mist 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 Da müssen wir auch gleich nachbessern Hehehe 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 So, Sandstein, sehr schön. Entschuldigung.